Ein Landesjustizprüfungsamt ist eine Behörde, die im Rahmen der in der Bundesrepublik Deutschland vorhandenen zweistufigen Juristenausbildung die erste juristische Prüfung sowie die zweite juristische Staatsprüfung abnimmt. Landesjustizprüfungsämter können je nach Bundesland unterschiedlich Teile der jeweiligen Landesjustizministerien sowie von Oberlandesgerichten sein. Manche Länder haben ein gemeinsames Landesjustizprüfungsamt. In manchen Bundesländern gibt es auch unterschiedliche Prüfungsämter für die erste juristische Prüfung und die zweite juristische Staatsprüfung. Rechtsgrundlage für die juristischen Prüfungen sind die jeweiligen Juristenausbildungsgesetze und Verordnungen der Länder. Während des Dritten Reiches wurden im Rahmen der Gleichschaltung die Landesjustizprüfungsämter aufgelöst. Die Aufgaben wurden vom Reichsjustizprüfungsamt wahrgenommen. Landesjustizprüfungshemter in Deutschland für die zweite juristische Staatsprüfung. Baden-Württemberg Justizministerium Baden-Württemberg Landesjustizprüfungsamt. Bayern Bayerisches Staatsministerium der Justiz und für Verbraucherschutz Landesjustizprüfungsamt. Berlin und Brandenburg Gemeinsames juristisches Prüfungsamt der Länder Berlin und Brandenburg. Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein. Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg Gemeinsames Prüfungsamt der Länder Freie Hansestadt Bremen. Freie und Hansestadt Hamburg und Schleswig-Holstein. Hessen, hessisches Ministerium der Justiz, Justizprüfungsamt. Mecklenburg-Vorpommern Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern Landesjustizprüfungsamt. Justizprüfungsamt Niedersachsen, niedersächsisches Justizministerium Landesjustizprüfungsamt. Nordrhein-Westfalen Justizministerium des Landes Nordrhein-Westfalen Landesjustizprüfungsamt. Rheinland-Pfalz Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz Landesprüfungsamt für Juristen. Saarland-Landesprüfungsamt für Juristen bei dem Ministerium der Justiz. Sachsen-Sächsisches Staatsministerium der Justiz-Landesjustizprüfungsamt. Sachsen-Anhalt-Ministerium für Justiz und Gleichstellung des Landes Sachsen-Anhalt-Landesjustizprüfungsamt. Thüringen-Thüringer Justizministerium-Justizprüfungsamt. Thüringen-Thüringer Justizprüfungsamt.